Vor ein paar Jahren hatte ein Mann hier eine witzige Idee. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, von Verlagen abgelehnte Manuskripte zu sammeln. Die Bibliothek der abgelehnten Bücher. Also ich hab nie verstanden, wozu es gut sein soll, Texte aufzubewahren, die keiner will. Weißt du, wo ich Henri Pieck finden kann? Er ist vor zwei, drei Jahren gestorben. Warum? Weil ich sein Buch herausgeben werde. Die letzten Stunden einer großen Liebe des rätselhaften Henri Pieck. Sind Sie sicher, dass wirklich Ihr Mann diesen Roman geschrieben hat? Wie meinen Sie das? Können Sie sich das vorstellen? Der bretonische Pizzabäcker, der kein einziges Buch geschrieben hat? Kannst du dir vorstellen, wie Papa das zwischen zwei Ladungen Pizza schreibt? Das Ganze ist nämlich nur eine Maskerade. Ich weiß nicht, wer dieses Buch geschrieben hat, aber ich will es herausfinden. Warum Henri Pieck? Warum diese ganze Mystifizierung? Und wo wollen Sie bitte diese Beweise finden? An seinem Grab? Naja, irgendwo muss man ja anfangen. Ich glaube, Sie hatten recht. Ich muss wissen, wer mein Vater war. Ich dachte, es würde ein bisschen einfacher. Sie dachten vor allem, dass man auf dem Land nicht liest, oder? Im Gegenteil, Sie haben ja sonst nichts zu tun. Der Autor ist zweifellos ein ausgewiesener Russlandkenner. Hat Ihr Mann russisch gesprochen? Er machte auch eine Pizza mit roten Peperoni. Die man wie erstattet. Henri Pieck hat sein Geheimnis mit ins Grab genommen. Finden Sie sich damit ab. Hören Sie auf, meine Tochter zu belästigen. Sie wollen uns aber doch nicht mit Ihrer Feldhacke bedrohen. Das ist eine Gartenhacke. Ach so? Hören Sie auch mal auf, mir zu widersprechen? Ich sehe keinen Grund, mich um dieses Vergnügen zu bringen. Vielleicht hat er uns den Roman hinterlassen, weil er nicht wollte, dass wir ihn vergessen. Aber Sie bringen unser Leben durcheinander. Dieses Buch bringt unser Leben durcheinander, oder? Meinen Sie nicht? Monsieur Rouge, ganz ehrlich, glauben Sie, dass man mit einem elektrischen Messer eine Leiche zerstückeln kann? Sagen wir die Leiche eines Mannes von Ihrer Statur. Wenn Sie nicht mehr lecker zum Beispiel auf die Leiche zerstückeln, Vielen Dank.